Redet man mit Menschen über ihre Arbeit, sind die Erfahrungen ähnlich, egal um welche Jobs es geht. Manchmal ist man überfordert, manchmal unterfordert. Nicht immer läuft alles rund, doch was uns Menschen eint, wir arbeiten gerne. Und die Leute sind sich einig, man will gute Arbeit leisten. Man strengt sich nach Kräften an. Arbeit bedeutet Identität, bedeutet einen Beitrag zum Gelingen unserer Gesellschaft zu leisten. Einen Job zu verlieren, kann leider jedem passieren. Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Darauf müssen wir in der Politik reagieren. Wir wollen Unterstützung für jene, die arbeiten, damit sie die besten Arbeitsbedingungen haben. Wir wollen Unterstützung für jene, die Arbeitsplätze schaffen, damit alle, die arbeiten wollen, auch Jobs finden. Und weil wir nicht Beschäftigte gegen Arbeitslose ausspielen, wollen wir Unterstützung für jene, die ihre Jobs verloren haben. In einer solidarischen Gesellschaft verdient jeder eine Chance. Dafür machen wir ihn stark.